Du hast eine Amex-Kreditkarte und sammelst Membership-Rewards-Punkte? Dann aufgepasst! Ab 1. März 2024 verschlechtert sich das Umtauschverhältnis von Amex-Membership-Rewards-Punkten zu Payback-Punkten. Bisher konntest du deine Membership-Rewards-Punkte in Payback-Punkte transferieren und zwar im Verhältnis 2 zu 1. Also zwei Membership-Rewards-Punkte ergeben einen Payback-Punkt. Also sozusagen halbiert sich deine Membership-Rewards-Punkte-Anzahl und das Ergebnis sind die Payback-Punkte. Ab 1. März wird es schlechter, da verschlechtert sich das Umtauschverhältnis von 2 zu 1 zu 3 zu 1. Also sprich drei Membership-Rewards-Punkte sind erforderlich, damit du einen Payback-Punkt rausbekommst. Bereits im Dezember 2023 hat sich das Sammelverhältnis mit einer Amex-Payback-Kreditkarte auch im Verhältnis 2 zu 1 auf 3 zu 1 verschlechtert. Also du sammelst mit einer Amex-Payback-Kreditkarte aktuell weniger Punkte. Und jetzt kann man so über so eine kleine Angleichung sprechen, denn das Umtauschverhältnis von Amex-Membership-Rewards-Punkte zu Payback-Punkte verschlechtert sich ebenfalls aufs Verhältnis 3 zu 1. Also so ein halber Angleich findet schon mal statt. Wir schauen uns das aber an einem konkreten Beispiel mal genauer an. Mit einer Amex-Membership-Rewards-Kreditkarte konntest du bisher für einen Euro Umsatz einen Punkt sammeln. Mit dem aktivierten Turbo sogar 1,5 Punkte pro 1 Euro Umsatz. Und bisher konntest du eben diese Punkte umwandeln im Verhältnis 2 zu 1. Also hast du 0,75 Punkte, also Payback-Punkte rausbekommen. Die konntest du dann weiter umwandeln Richtung Miles & More. Und hast somit 0,75 Meilen pro 1 Euro Umsatz mit einer Amex-Membership-Rewards-Kreditkarte bekommen. Mit der Verschlechterung sind es jetzt weniger, denn du sammelst weiterhin für 1 Euro Umsatz 1,5 Amex-Membership-Rewards-Punkte mit aktiviertem Turbo. Ja, und mit dem neuen Eintauschverhältnis von 3 zu 1 bekommst du eben für 1,5 Membership-Rewards-Punkte nicht mehr 0,75 Payback-Punkte, sondern nur noch 0,5 Payback-Punkte. Die kannst du jetzt in Richtung Miles & More transferieren. Entweder im Verhältnis 1 zu 1 oder zweimal im Jahr gab es die letzten Jahre eine Aktion zwischen 10 und 25 bzw. 30% Bonus. Rechnen wir mal mit 25, weil die 30% Bonus von letztem Jahr, die waren auf das 30-jährige Jubiläum beschränkt. Deshalb 25% on top, da kommen wir bei 0,6 Meilen raus. Also sprich, für 1 Euro Umsatz bekommst du, also 1 Euro Umsatz mit einer Amex-Membership-Rewards-Kreditkarte bekommst du 0,6 Meilen. Das Podor dazu ist die Amex-Payback-Kreditkarte. Damit hast du bisher für 2 Euro Umsatz einen Payback-Punkt gesammelt, mit aktiviertem Turbo sogar für 2 Euro Umsatz 2 Payback-Punkte. Jetzt, mit dem schlechteren Einlöse- oder Sammelverhältnis, hast du eben pro 3 Euro Umsatz einen Payback-Punkt oder mit aktiviertem Turbo oder Turbo Max 2 Payback-Punkte pro 3 Euro Umsatz. Umgerechnet sind das auf 1 Euro 0,66 Payback-Punkte. Transferierst du jetzt im Verhältnis 1 zu 1, hast du 0,66 Meilen oder du nutzt eben zweimal jährlich die Chance, bis zu 25% Bonus on top zu bekommen, dann bekommst du bis zu 0,8 Meilen pro Euro Umsatz. Ja, kommen wir zu den Miles & More Kreditkarten. Und zwar bekommst du in der Privatvariante pro 2 Euro Umsatz eine Meile oder umgerechnet auf 1 Euro sind das 0,5 Meilen. Bei der Business-Variante ist es doppelt so viel, da bekommst du eben pro 2 Euro Umsatz 2 Meilen oder pro 1 Euro Umsatz eine Meile. Und damit eben das Höchste, was mit meilenfähigen Kreditkarten gesammelt werden kann. Schauen wir uns das Ganze mal im direkten Vergleich an. Bei Amex Membership Rewards Kreditkarten bekommst du am Ende pro 1 Euro Umsatz 0,6 Meilen raus. Bei Amex Payback Kreditkarten hingegen sogar 0,8 Meilen pro Euro Umsatz. Und bei Miles & More Karten in der Privatvariante leider nur 0,5 Meilen pro 1 Euro Umsatz. Und in der Business-Variante das Top-Level eine Meile pro 1 Euro Umsatz. Also du merkst, wenn es jetzt nicht gerade die Business-Kreditkarte ist, die unschlagbar ist, dann bist du bei den privaten Varianten natürlich mit der Amex Payback Kreditkarte nach wie vor top bedient. Also damit holst du im Verhältnis das meiste raus. Ob du deshalb auf eine Miles & More Kreditkarte verzichten kannst, das klären wir hier in einer anderen Folge. Aber dennoch sei gesagt, im direkten Vergleich punktet die Amex Payback Kreditkarte weiterhin. Ziehen wir ein kurzes Fazit. Mit der Verschlechterung vom Umtauschverhältnis von Amex Membership Rewards Punkten zu Payback Punkten und damit auch zu Miles & More Meilen indirekt, verschlechtert sich auch diese Option, die Amex-Punkte Richtung Miles & More zu transferieren. Also es ist nach wie vor immer noch möglich, aber das Eintauschverhältnis verschlechtert sich eben und es gibt definitiv noch andere Möglichkeiten bei Amex über das Membership Rewards Bonus Programm die Punkte in andere Vielfliegerprogramme zu übertragen in einem besseren Eintauschverhältnis. Also im Schnitt sind es meistens 5 zu 4. Da hast du weniger Abgaben als jetzt im Verhältnis 3 zu 1. Und das macht auch Sinn, demnach die Punkte bei Amex im Membership Rewards Bonus Programm erstmal zu halten und dann in diverse Vielfliegerprogramme zu übertragen und zwar dort, wo du sie brauchst. Vorausgesetzt, und das ist meine klare Empfehlung, vorausgesetzt du sammelst auch ausreichend Membership Rewards Punkte im Jahr. Also wenn du nur 5.000 oder 10.000 Membership Rewards Punkte im Jahr sammelst, ganz ehrlich, schiebst du Miles & More und fokussier dich auf Miles & More, weil im täglichen Leben, im Alltag sammelst du viel mehr Miles & More Meilen, auch unabhängig von der Kreditkarte und wenn alles in einem Topf gebündelt landet, dann kannst du da auch relativ zeitnah deine Prämienflüge in der Business Class buchen. Hingegen bei den Membership Rewards Punkten, wenn du da gefühlt 10, 15, 20 Jahre brauchst, um auf eine relevante Summe zu kommen und damit Flüge zu buchen, macht das einfach keinen Sinn. Hast du hingegen natürlich hohe Umsätze, Geschäftskreditkarte, oder du nutzt die Freundschaftswerbung in einem Freundeskreis, aber Achtung, Freundeskreis bitte, dann macht es natürlich durchaus Sinn, in dem Membership Rewards Bonus Programm seine Punkte zu sammeln und die dort dann eben auch in die entsprechenden Vielfliegerprogramme einzulösen. Ansonsten, gerade für Einsteiger, die eben nicht zu viel Umsatz machen und nicht zu viele Punkte im Jahr sammeln, ist meine Empfehlung ganz klar Richtung Payback und dann zum meisten Moor alles übertragen, damit alles möglichst in einem Topf landet und ihr auch einen konkreten Nutzen innerhalb kürzester Zeit habt. Nicht innerhalb von ein, zwei Tagen, aber auch nicht innerhalb von fünf Jahren, sondern irgendwo in der Mitte, sprich zwischen ein und zwei Jahren, bekommt ihr da schon eine relevante Summe zusammen. Mit ein paar Insider-Strategien geht es natürlich deutlich schneller, damit ihr eben auch das Ganze nutzen könnt und eben zukünftig Business und Firstlers fliegen könnt. Also, schreibt es mal unten in die Kommentare, für welche Einlösemöglichkeit entscheidet ihr euch zukünftig für eure Membership Rewards Punkte und schreibt da bitte auch dazu, damit es nachvollziehbar ist und einzuordnen ist, wie viele Membership Rewards Punkte sammelt ihr so durchschnittlich im Jahr. Ja, dass wir das einfach ein bisschen einordnen können und ich bin gespannt auf euer Feedback und sage vielen Dank, dass ihr bis dahin dran geblieben seid. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao, euer Dominik. Ciao, euer Dominik.